Absichern? Das muss schnell gehen, wenn man unter Spannung arbeitet. Da hat man keine Zeit. Wenn man noch nicht mal die Zeit hat, das Setz abzuschalten, dann hat man auch keine Zeit, sich da abzusichern. Also wirklich. Absichern. Ernten. Alter, das war klar. Ja, das muss doch sein. Ansonsten wird es doch etwas sehr spannend. Weiß doch. Berühmte letzte Worte des Elektrikers. Hm, wofür ist denn dieses? So, ich muss mich kurz mal wieder in die Ecke stellen. Meine Nase braucht gerade mal wieder etwas Pflege. Mach das. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Copper Cable auf Tasche. So, mal schauen, mal schauen. Na, die haben wir ja. Guck. Äh, lala, das heißt, da war ich. Genau, da brauche ich Copper Cable, da brauche ich... Weiter geht's. Holz? Holz? Holz vor der Hütte? Holz. Ah, aua. Da drückt das Headset. Meine Schweine. Rei aber auch. Hm, so. Was brauchen wir denn noch? Holz brauchen wir? Und, äh, was war es gerade? Ach ja. Re-Battery. Für die es, glaube ich, kein Rezept gibt. Hä? Doch, Rezept gibt es aber. Äh, hier ist ein Plan drinnen. Machine Electric Circuit, Machine Block, Copper, Advanced... Ah, äh, genau. Weil ich hab grad drauf gedrückt, wo du es weggenommen hast. So. Copper Cable. Rettestone. Und was ist das da? Das glaube ich jetzt nicht. Äh, 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 tin. Tin, 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 tin. Gucken wir mal. Haben wir noch ein bisschen was? Nö. Copper... Na, holen wir einfach tin. Und dann haben wir das auch. Eieieiei, ist das ein Gelaufe. Ich weiß, warum ich solche, äh, äh, ähm, also vom Grundprinzip her so viel nicht brauche. Was erleichtert natürlich doch vieles, wenn man diese Mods hat und hier das ein oder andere machen kann. Ähm, ja, vor allen Dingen, äh, das... Dann haben wir endlich auch mal ein Jetpack und können ein bisschen fliegen und mit dem Advanced Nano Chest Piece, naja... Wer weiß, was so kommt. Sechs werde ich auf jeden Fall brauchen. So. Ja. Ja. Na, das sieht doch schon mal schattlich aus. Zack, zack. Dann haben wir drei davon, äh, und jetzt, ja, sollte er eigentlich jetzt hoffentlich hinhauen. Das ist zwar ansatzweise noch nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber es reicht erst mal. Juhu. Und... Zack, zack. Und damit man... Okay. So. Das heißt, we find iron, glow, iron, bla bla. Und damit man mich auch nicht lügen straft, zeige ich mal eben kurz. Lügner! Nesser, hier. Haha. Einfaches Setup. Ne? Die Energy Cell langweilt sich hier effektiv, äh, vor sich hin, weil die Pump braucht nicht so viel. Der Tesseract pumpt die Lava aus und das sind die beiden... Und mit den beiden Spotloadern halte ich hier, äh, den Bereich geladen. Und ich hoffe mal, dass mich jetzt nichts... Ach ja. ...angreift. Äh... Was hab ich denn hier gemacht? So, wir haben schon mal das Electric Jet Bag. Wow. Ne? Da unten sieht man nach und nach... ...verschwindet die Lava und irgendwann ist das Becken leer. Ja. Ja, sieh, die angucken, das sieht gar nicht mal so uncool aus. Nein, ich bin gerade eigentlich eher so begeistert, wenn ich das sehe. So, ich hab jetzt endlich das Lab Pack gebaut, äh, Jet Pack gebaut. Das Electric. Dass ich jetzt noch ein Lab Pack bauen muss, da freu ich mich richtig. Wieso? Das Lab Pack hast du doch schon auf dem Rücken. Ach so. Du brauchst es doch nur noch zu einem Advanced umbauen. Ach, dann ist... Ach, das ist jetzt bei dem dann alles in eins, oder wie? Ja! Ah! Darum ja! Und vor allen Dingen, wenn du jetzt den... Mit normal müsstest du dich entscheiden zwischen... ...zwischen, äh, Chest Piece, äh, Lab Pack oder Battery Pack... ...oder, äh, oder Jet Pack. Ah, versteh, versteh, versteh. Und wenn du dann den Advanced hast, hast du halt schon mal, äh, Lab Pack und Jet Pack zusammen. Und wenn du das jetzt mit dem Advanced Nano Chest playtest, äh, hast du alles drei zusammen. Das heißt, du hast Rüstung, Energieversorgung und Fliegen in einem Teil. Wie geil ist das denn? Die Ehrlinge, weil mich saug. Ja, vorher hättest du dir dafür ein Quantum Suit bauen müssen. Und jetzt kannst du es dir schon ein bisschen günstiger machen. Oh. So. Und irgendwas wollte ich doch auch noch... Ach ja, genau. Wir müssen ja noch... Ich muss ja noch, äh, ne Refinery basteln. Oder ein paar mehr. Damit wir da unten dann auch, äh, ne? So... Mal unser Öl-Innen-Kram. Äh, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wie war das jetzt? Na. Na. Unser Öl in... Benzeng. Genau, genau. Lapis, bla bla bla. Sechs Stück. Und Dingswuchs. Ich werd bekloppt, das reicht ja genau... nicht. Äh, ja. Soviel zum Thema... Rechnen. Und, oh Wunder, wärs gedacht, wir brauchen wieder Glas. Äh, ah, 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 ah. Jetzt reicht's. Jetzt mach ich wieder zwei Stacks. Nicht nur ein halb, nicht nur ein. Äh, so. Boah. Das heißt, unser Lappack haben wir. Electric. Jetpack nimm bei. Das zweite Jetpack liegt dann auch schon wirklich drinnen. So, was brauch ich denn jetzt noch? Engine Booster und Carbon Plate. Und Glasfiber Cable. Okay. Carbon Plate. Mit... Raw Carbon Mesh. In den Kompressor. Haben wir Raw Carbon Mesh? Äh, Moment. Wie viel brauchst du davon? Eigentlich egal. Also ich brauch einiges an Carbon Plates. Okay. Sagen wir's mal so. Ich pulverisiere dir da gerade mal ein bisschen Kohle. Alles klar. Mit dem Kohle... Mit vier Kohle Dust machst du, äh, Carbon Fiber. Und mit zwei Carbon Fiber machst du Raw Carbon Mesh und dann den ganzen Spaß im Kompressor. Ja. Advanced Alloy brauch ich glaube ich auch noch ein bisschen. Da werden zwei nicht reichen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Äh, dafür brauchst du Refined Iron. Warte, ich schmeiß noch mal zwei Sticks. Refined Iron habe ich ein bisschen was noch dabei, zwölf Stück. Ja, komm, ja. Das ist auch nicht viel. Das ist auch echt nicht viel. Geizen war nicht. Ich hab die Quoria noch ein zweites Mal angeschmissen. Ganz knapp. Ah, ja. Mixed Metal müssen wir dafür machen. Äh, Zin brauchtest du, ne? Und... Bronze. Bronze... Tin... Genau. Und Refined. Das heißt Bronze müsste mir dafür noch fehlen. Ja. Die Bronze, die da vorne drin liegt, ist nämlich welche, die ich noch brauche. Äh... 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 Bronze, Tin. Aha. Iron und Tin ist schon drin, nur Bronze fehlt noch. Kommt gleich, ein Moment. Well... So. Okay, wenn das gleich... Da wir sowieso, da brauchst du sowieso immer ne kritische Ressource ist, mach gleich, mach gleich ein paar mehr. Alles klar. Wow. Hier ist noch... Tin und Refined Iron liegt hier unten, äh, in der Punktkiste. Guck mal... Refined Iron hat auch noch ein bisschen... Glas wollte ich machen. So stecken wir halt noch ein bisschen. Wurde ja kurzzeitig abgelenkt. So. Einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Einer geht noch, Frau Hansen. Einer noch muss, aber den ist Schluss. Oh Gott, das Schlimme ist, wir haben die Stunde gleich voll. Oh Gott. Nein. Naja, müssen wir nicht eigentlich... Müssen wir nicht eigentlich... Stunde 15, genau. Stunde 15. Richtig, richtig. Drei Stück pro... Ne, warte mal. Brauchen wir jetzt vier oder fünf Folgen? Äh, fünf. Wir haben bis... 94 aufgenommen. Richtig. Denn... Wie hundert... Ja. Das werden sie dann sehen. Ja, das werden sie dann sehen. Äh... Ich brauche Diamond Gears. Diamond Gears sind Gold Gears mit Diamanten. Gold Gears sind Iron Gears mit Diamanten. Okay, ich brauche... So, Kompressor. Mal rausnehmen. Ah, Kompressor. Doch, drei Stück. Sooo... Natürlich sollte man sich das ja auch in die... äh, nehmen. So, abreiten den Kompressor. Eisen, Eisen, Eisen. Eins, zwei, drei, vier. So, dumm, dumm, dumm. Eins, zwei, drei, vier. Dumm, dumm, dumm. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Falscht ist er. Oh, einer zu wenig. Oh. Coal Dust. Okay, wo muss ich jetzt mit dem Coal Dust hin? Den Coal Dust, äh, packst du in einer, in einer, äh, Vierer-Formation in dein normales Crafting-Grid und, äh, hm. Hast dann das, äh, Carbon Fiber und das packst du dann in... Ah, jawoll. Und das Carbon Fiber und... Das ist dann nur ein Zweier. Alles klar. Zuck und zuck. Und jetzt brauche ich noch... Und dann muss es in den Kompressor, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Der ja gerade noch ein bisschen beschäftigt ist, aber gut. Ähm... Dafür, dass die Quarry zweimal gelaufen ist, haben wir verflucht wenig Kupfer. Naja, gut, okay. Wir spielen jetzt ziemlich viel mit IC2 rum. Und das frisst Kupfer ohne Ende. So, zack und zack. Äh... So. Habe ich noch Holz auf der Tasche? Habe ich noch Holz auf der Tasche? Moment. Acht Stück. Acht Stück. Die reichen denn dafür? Hier vor... Verdammt, das reicht ja immer noch nicht, oder? Boah. Naja, gucken wir mal, wie weit wir kommen. So. Da sind wir auch schon wieder. So. Äh... Äh... Haben wir jetzt auch ein paar. Zumindest... Ah. Reicht das? Ja, reicht. Ach Gott, da brauche ich auch noch AdWords-Circuits für 8 Uhr, Grüne, Neune. Ich streike! Ich streike! Ich kündige! Nicht solange die Arbeit nicht getan ist. Das rambolen wir wann anders aus, würde ich sagen. Ich habe leider... Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, zwischendurch meine Rüstung komplett mit Protection... Mit, äh... Protection 3 zu entscheiden. Oder 4, je nachdem, was das Höchste ist. Mich wundert es, dass du nur Protection drauf machen willst. Protection ist ja gegen alles. Ah, aber Fire Resistance könnte auch ganz gut helfen, oder? Ja, aber... Dann könnte ich ja... Hätte ich ja für alles andere keine Resistance mehr. Äh... Habe ich mir das richtig überlegt? Brauche ich nicht doch noch ein paar Redstone Torch? So. Auf jeden Fall brauche ich Sticks. Also... Irgendwas Neues hier bauen. Und das haben wir, das haben wir. Das hätten wir theoretisch. Theoretisch? So, das halten wir auch. Ja, theoretisch weiß ich ja gleich noch wieder, woran ich das auch noch brauche. Was? Ich rede von Advanced Circuits, die ich zweimal habe... Äh... Hey, ich brauche ja nur noch zwei. Ne, Pustekuchen. Jetzt brauche ich dann nochmal vier Stück davon. So... Ach du... Jetzt... Rattern wir mal direkt weiter... Heiter... Ui... Plopp... Was rollt denn da für? Ne, 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 ne... Ach du, grüne Neune. So, weil wie gesagt, der Boiler soll ja, ups, flüssig betrieben werden. Und wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen Öl besorgt. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch dazu bringen, dass wir auch Öl kriegen. Ich muss mir mal wieder ein Feuerzeug auf Tasche legen. Geht das wohl auch so? Hm, oh Gott, ja. Wow... Ha, das heißt, wir brauchen noch mehr Electric Circuits! Yay! Äh, hui... Electric Circuit Plans, so. Und... Aha, wir kriegen Fuel! So, was fehlt noch? Hupi... Das haben wir. Guck mal, Kabel. Ah, Refined Iron fehlt wieder. Boah! Habe ich natürlich auch nicht mehr. Heieieieieiei... Ups... Na, 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 na... Lalalala... Hui! Hm? Ein Refined Iron noch im Barrel. Mal gucken, ob hier hinten noch was ist. Wieso kein Refined Iron mehr? Da müsste... Ich habe zwei Stacks in den, äh, Ofen geschmissen. Die müssten in der Kiste liegen. Ah, da, ja. Oh, Kiste. Ich kann's sagen, kein Refined Iron mehr. Schon wieder durch zwei Stacks Refined Iron... Man, mal! So teuer war das Rezept nun aber auch nicht. Juhu! Ich hab nicht mehr genug Kabel. Juhu. Oh, ho, 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 ho. Ich krieg's dreier. Trifft… Du hast aber noch zwölf… Du kannst noch 6 Kabel machen!